Hallo zusammen, ich bin Süddeutschela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in Korthia. Und zwar wollen wir uns heute das Achievement Rückgewinnung der Relikte anschauen. Und für dieses müssen wir einige sammeln. Insgesamt 20 Relikte müssen wir in die Höhle zur Archivar Rosuir zurückbringen. Und ja, wo befindet der sich? Wir sind einmal hier in der Zuflucht des Hüters auf den Koordinaten 62, 22. Bevor ihr mit dem Relikte-Collecten anfangen könnt, müsst ihr die Quests hier spielen. Da muss man dann hier einmal hier runter, dann hier hinter, hier oben und komplette Questreihe durchspielen, bis der Typ hier auch in der Höhle steht. Sonst hat man schlichtweg das Problem, dass man die Relikte nicht sammeln könnte. Zusätzlich müsst ihr auch nach und nach den Ruf hoch spielen. Ihr müsst am Ende, zumindest um das Achievement abschließen zu können, auf der Rufstufe 5 sein. Ihr könnt aber schon einige Zwischen-Steps quasi im Laufe der verschiedenen Rufstufen absolvieren. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal alle Sachen an, die wir im Laufe der Zeit holen können. Ich habe hier ein Add-on drauf, das nennt sich Handynotes und Handynote Shadowlands. Und dazu kann ich mir gewisse Sachen anzeigen lassen. Hier sind es die Rückgewinnung der Relikte, also das Achievement können wir auch uns anzeigen lassen. Ich habe das schon abgeschlossen, dann können wir hier unten einfach bereits abgeschlossene anzeigen lassen. Dann sehen wir die Kisten hier auf der Map auch. Es gibt, ich würde sagen, fünf Unterkategorien von Relikten, die wir holen können, die verschiedene Rufstufen beinhalten. Ich kann das mal zeigen, auf WWHat hat hier jemand schon ganz gute Arbeit geleistet und die so ein bisschen unterteilt. Es gibt einmal hier die erste Kategorie, das sind diese fünf. Die können wir ohne Ruf holen, wenn wir die Questreihe abgeschlossen haben. Dann gibt es eine zweite Kategorie, da brauchen wir Schlüssel für. Die können wir aber erst bei dem Typen, der sich hinter mir in der Höhle befindet, kaufen, wenn wir auf der Rufstufe 2 sind. Dann gibt es das nächste Set, das kriegen wir von Rares und aus einer Höhle, sage ich jetzt mal, dazu, wo man sich reinporten kann. Die Port-Schlüssel kann man sich kaufen, wenn man im Tier 3 ist. Die kann aber auch von Rares einfach droppen. Also die kann man auch vor schon bekommen. Dann das nächste kriegt man in der Rift-Phase. Diese kann man sich bei Tier 4 von dem NPC ebenfalls kaufen oder man kann sie auch von Rares gedroppt kriegen. Heißt, das kann man auch schon vorher machen. Und die letzte Stufe sind nochmal drei Items, die man aber wirklich erst dann machen kann, wenn man auf Tier 5 ist. Und zwar ist es ein Item, das man sich kaufen muss, um quasi mit bestimmten Schwertern zu interagieren und dann die letzten Quests zu bekommen und dementsprechend auch die letzten Relikte. Halten wir fest, theoretisch kann man alle bis auf das letzte in jedem Tier kriegen, wenn man halt Lack bei Rares oder Kisten hat, dass man die jeweiligen Items kriegt. Das sind einmal diese Teleport-Schlüssel und einmal die Rift-Keys. Blöderweise die letzten drei, die kriegst du halt nur auf Stufe 5, weil das kann auch nicht von einem Rares droppen, sondern das ist halt einfach ein Item, das man sich kaufen muss, lernen muss und erst dann kann man mit diesen Schwerten interagieren. Gut, soviel schon mal dazu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir alles mal durch. Also das allererste, was wir haben, ist das Item Beutel voller Runenmarken. Und diesen Beutel voller Runenmarken bekommt ihr aus einer Kiste von Courtier. Und zwar gibt es hier Schätze, können wir jetzt mal die ganzen Sachen anklicken. Moment, ich klicke jetzt mal hier alles an und ihr seht, es gibt hier sehr, sehr viele Kisten. Das sind immer verschiedene Sets und in diesen verschiedenen Sets droppt eigentlich in der ersten Kiste diese Beutel voller Runenmarken. Und dann ist es so, dass ihr für die Quest 20 weitere von diesen Runen besorgen müsst und die kommen auch weiter aus diesen Kisten raus. Ihr müsst die immer umwandeln, also es kommen dann immer so Runendinger raus, die klickt ihr dann an, wandelt um und manchmal kommen richtige, manchmal kommen falsche raus. Das dauert ein paar Tage, müsst ihr halt jeden Tag hier diese ganzen Kisten mitnehmen und dann kriegt ihr das im Laufe der Zeit voll. Also das ist das erste Ding. Heißt, einfach diese ganz normalen Random Kisten anklicken und da immer diese Marken rausholen, bis ihr diese Quest fertig habt. So, jetzt tun wir das wieder ausblenden. Das brauchen wir nämlich hier in dem Fall nicht. Dann die anderen vier in der ersten Kategorie, die wir ohne Ruf uns einfach besorgen können, die kriegen wir, indem wir einfach hier rumlaufen und die Quests annehmen. Und zwar gibt es hier insgesamt vier Stück. Hier auf den Koordinaten 62, 57 ist das erste. Dann haben wir hier eins, das ist auf den Koordinaten 45, 55. Das ist ein einfacher Quest, die wir quasi aufnehmen können. Dann hier oben, das ist in der Höhle drin, also hier ist ein Höhleneingang und hier in der Höhle ist es drin, auf den Koordinaten 27, 56. Und das letzte von den Items ist hier auch wieder in der Höhle drin, also hier ist direkt der Eingang, das ist eine ganz kleine Höhle und zwar auf den Koordinaten 40, 41. Übrigens, die Items im Achievement heißen immer genauso wie diese Schätze, zum Beispiel hier Talisman der ewigen Gelehrten ist das. Dann haben wir Himmelskarte der Schattenlande. Dann haben wir Singenstahlbarren und das war Buch der Bindung die wahnsinnige Hexe. Also die heißen immer genauso wie die Quests und das Item am Ende auch, also Blizzard hat es sich da relativ einfach gemacht. So, das ist das erste Set, also vier können wir direkt looten und das fünfte ist dementsprechend aus allen Kisten raus, wo wir dann mit der Quest was zusammen sammeln müssen. Die anderen, die wir hier einfach looten können, da kriegt ihr einfach eine Quest und die gebt ihr direkt hier wieder ab. Und dann müsst ihr, wie bei der Archäologie-Sache in der Garnision, die Sachen hier einsetzen. Also ihr müsstet ihr das Zeug dann einfach anklicken. Genau, soviel dazu. Dann zum zweiten Set ist es so, dass wir uns dann Schlüssel kaufen können und zwar wenn wir die Rufstufe 2 erreicht haben, bietet dieser Typ uns insgesamt vier Schlüssel an. Und diese Schlüssel können wir einmal kaufen. Ich kann es euch beim Twink mal kurz demonstrieren. Da habe ich es mir nämlich glaube ich noch nicht alle gekauft. Jetzt haben wir kurz rüber geswappt. Und ihr seht, wenn ich den jetzt hier einklicke, ja ich bin hier auf einem Leggy-Server. Genau, und dann seht ihr, hier haben wir diese Schlüssel, die kosten immer 25 von der katalogisierten Forschung. Das sie es noch rausbringen, genau. Und mit diesen Schlüsseln können wir dann weitere Kisten quasi öffnen. Und da läuft es dann wieder genauso. Wir öffnen diese Kiste, kriegen eine Quest, die Quest geben wir ab. Und dann können wir das Relikt hier quasi platzieren. Wo sind diese Kisten? Und zwar, wir haben hier unten eine Kiste auf den Koordinaten 32, 42. Da brauchen wir Schlüssel des fließenden Wassers für. Dann in derselben Höhle, wo wir vorher schon drin waren, haben wir noch eine zweite Kiste. Und zwar Tarnung des Wechselbikes, schimpft sich die. Und da brauchen wir Schlüssel aus Kortier-Kristallen, das ist das zweite. Dann haben wir hier die dritte Kiste, da brauchen wir dann Schlüssel der vier Gedanken. Und die letzte müsste, warte mal, hier die Koordinaten sind 41, 59. Das ist, glaube ich, das war, glaube ich, auch in der Höhle drin, meine ich. Also da müsst ihr hier in die Höhle reingehen, dass ihr hier das Ding findet. Und hier die letzte Kiste ist hier unten auf 44, 76 und dafür brauchen wir dann Schlüssel der inneren Kammern. Wie gesagt, alle vier Schlüssel, wenn ihr die Rufstufe 2 erreicht habt, könnt ihr einfach hier bei dem NTC kaufen. Falls ihr nicht wisst, wie ihr hier rüberkommt, hier gibt es einen Flugpunkt, der euch einfach rüberbringt. Beziehungsweise, nee, das ist der falsche. Ich habe den jetzt ausgeblendet. Wartet, ich kann den hier auch euch einblenden lassen. Ich weiß gar nicht, welches Ding das war. Wer war hier, glaube ich? Ah, sonstige war es, glaube ich. Ah, genau, hier. Also da ist die Flugroute. Das ist der Portalstein. Das ist die Flugroute hier rüber. Falls ihr das nicht wisst, da könnt ihr euch rüberfliegen lassen. Und dann kriegt ihr dementsprechend auch dieses Teil. Da gibt es übrigens auch ein Toy für. Habe ich aber auch schon ein Video dazu gemacht. So, dann haben wir jetzt das erste und das zweite Set. Fertig sind neun Dinge. Dann kommen wir zum dritten Set. Für das dritte Set brauchen wir einen, ja, Reparaturset für die Portale. Und zwar können wir den, wenn wir die Rufstufe 3 erreicht haben, hier kaufen. Reparaturset für Portale können wir hier kaufen. Für 50. Und später brauchen wir auch noch Reparaturset hier für den Rissschlüssel. Die beiden werden wir brauchen. Das hier kriegen wir ab Stufe 3. Und das hier kriegen wir ab Stufe 4. Beides kann aber auch bei Rares einfach droppen. Also heißt, ihr müsst nicht unbedingt hier auf den Ruf warten. Wenn ihr Glück habt, Rares umhaut, Kisten aufmacht, habt ihr auch immer eine kleine Chance, diese Items drin zu haben. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einmal an. Und zwar gibt es insgesamt zwei Punkte, wo wir dementsprechend diese Portalsteine anwenden können. Ihr seht hier oben, ich habe Reparaturset für Teleport. Habe ich insgesamt 20 Stück. Ich habe mir nie eins gekauft. Die kriegt man ständig von Rares und man braucht die fast nie. Denn, um dieses Portal aufmachen zu können, muss nur einer den Key haben. Der öffnet das. Und dann ist es so lange offen, bis man den Rare gekillt hat, der drin ist. Und alle anderen Spieler können da einfach mit reinlaufen. Also dementsprechend braucht ihr das auch nicht unbedingt. Es gibt zwei Punkte, wo diese Portale sind. Die führen dann jeweils in Räume. Und dort ist ein Rare drin. Und dieser Rare droppt einmal ein Item. Und in dem Raum selber liegt auch nochmal eins. Also wenn ihr ein Portal aufmacht und ihr schnell genug seid und der Rare da noch da ist, kriegt ihr zwei. Also hier haben wir eins bei 45, 35. Und das andere ist, glaube ich, gerade sogar offen. Denn, weil da sind... Ich bin in eine Raid-Gruppe hier geswitcht. Weil ihr seht, auf meinem Heimat-Dream war der Server so laggy, dass ich quasi die Aufnahme nicht machen konnte. Deswegen bin ich jetzt hier einfach in eine Cortia-Rare-Gruppe reingeswitcht. Sonst funktioniert das nicht. Da ist wahrscheinlich wieder irgendwo eine Gruppe, die den World Boss umhaut. Und dann ist das immer ein bisschen blöd. Und der zweite, der ist hier hinten. Jetzt muss man mal gucken, ob der noch offen ist. Ne, die haben den Rare anscheinend gerade umgehauen. Da waren die drin. Das ist hier auf den Koordinaten 39, 52. So. Auf 39, 52, wenn wir jetzt hier drüber fahren, seht ihr, dort haben wir Trommeln des Todesloas. Und hier drüben haben wir Sack voller fremder Erde. Das sind die beiden. Und dann gibt es nochmal zwei zusätzliche, die man in dem Raum quasi looten kann. Die man einfach von diesen Rares bekommt. Und dann sind wir insgesamt bei vier Stück, die wir holen. Also sprich, in der Port-Rune kriegen wir zwei und in der Port-Rune kriegen wir auch zwei. Eine vom Rare und eine liegt im Raum einfach rum, die wir so annehmen können. Gut. Dann, das nächste ist einmal dann im Tier 4. Es sind auch wieder vier Stück insgesamt. Und dafür müssen wir in die Rift-Phase rein. Wie kommen wir in die Rift-Phase rein? Wir brauchen dafür einen reparierten Riss-Schlüssel. Und diese reparierte Riss-Schlüssel habe ich euch vorher gezeigt. Bei Tier 4 können wir den beim Händler kaufen oder auch wieder von Rare-Skill-Drop. Jetzt ist es so, dass wir einen Eingang in die Rift-Phase brauchen. Und dazu bietet uns hier Handynuts auch wieder eine Option. Wir können hier die einblenden. Die stehen hier überall im Gebiet rum. Ich nehme am liebsten immer den hier in der Höhle. Und ihr seht schon, in der Höhle sind mittlerweile drei Sachen. Einmal das normale Teil, was man aufmachen konnte. Einmal mit einem Schlüssel. Und einmal mit dem Rift-Key. Und ihr seht, die Höhle ist nicht groß. Also die Sachen könnt ihr kaum übersehen. So, ich glaube die Kiste war hier hinten drin. Das Item war irgendwo hier gelegen. Und hier ist quasi jetzt das Rift-Portal. Und wenn wir so einen Rift-Schlüssel haben, können wir einfach hier in die Phase gehen. Und jetzt sind wir in der Rift-Phase. Jetzt sind hier andere Mobs da. Und dementsprechend habt ihr nur eine Viertelstunde. Wenn ihr sterbt, seid ihr auch raus. Also mit dem Extra-Button kommt ihr auch raus. Dementsprechend sollte man die Zeit in der Rift-Phase sinnvoll nutzen. Hier gibt es dann auch andere Kisten und andere Sachen, die wir aufmachen können. Uns interessieren jetzt, jetzt machen wir mal hier die Rift-Truhen aus. Uns interessieren jetzt die Relikt-Sachen, die hier in Rift quasi rumliegen. Und hier ist es jetzt einfach so, dass wir wieder vier Kisten haben. Hier oben haben wir einmal auf den Koordinaten 51, 19 eine Kiste. Instabile Sprengstoffkugel heißt die. Die können wir einfach hochgehen, looten und kriegen dann dementsprechend die Quest raus. Dann auf den Koordinaten 51, 52, geheimnisvolle Entschlüsselungsgerät haben wir. Dann hier auf den Koordinaten 28, 53, Schriffe der Erkenntnis. Und damit müssten wir sie alle haben. Genau. Und ich glaube, das habe ich vergessen. Auf den Koordinaten 61, 34, Buch der Bindung, der gepeinigte Zauberer. Und ja, das sind die vier, die wir holen können. Ihr müsst hier nicht mehr machen, außer in die Rift-Phase reinkommen und die Kisten quasi looten. So, wir können jetzt aus der Rift-Phase wieder rausgehen. Und jetzt fehlen uns dementsprechend noch insgesamt drei Stück. Und diese drei, ja, die kriegt ihr quasi nur, wenn ihr auf der Stufe 5 seid. Deswegen mache ich jetzt erst ein relativ spätes Video. Und dafür müsst ihr auch bei unserem Händler, wo wir alles andere gekauft haben, ein Item kaufen. Dieses ist permanent. Und zwar schimpft sich das Untersuchungsbericht Uralte Schreine. Und mit diesem Untersuchungsbericht Uralte Schreine, das lernt ihr einmal das Item. Und dann könnt ihr dauerhaft mit Sachen interagieren. Und zwar insgesamt mit drei Schwertern. Und diese drei Schwerter, die findet ihr an verschiedenen Stellen. Hier oben haben wir zum Beispiel eins. Das Bollwerk der göttlichen Absicht, schimpft sich das. Und hier ist es einfach so, ihr müsst dieses Schwert anklicken. Dann kommen so vorher unsichtbare Plattformen. Die könnt ihr dann langlaufen. Das ist wirklich sehr einfach. Wesentlich einfacher als diese komischen Särge oder Grabsteine oder was es auch immer ist in Revendress. Und am Ende kriegt ihr eine Quest. Selbiges ist hier auf den Koordinaten 23, 56. Holzschnitzerei der Familie Lang. Da müsst ihr auch dann einfach wieder so ein paar Plattformen langlaufen. Könnt ihr looten. Und das letzte war, glaube ich, hier oben. Schattenschnitt, Kurzschwert. Genau, das ist oben auf dem Berg. Also nicht in der Höhle, sondern oben. Und da müsst ihr auch wieder so ein paar Plattformen bis hier hinterlaufen. Und dann könnt ihr quasi auch das letzte Item looten auf den Koordinaten 39, 42. Aber ich glaube, das ging irgendwo hier oben gering das los. Genau, also da könnt ihr dann langlaufen. Von allen diesen Quellen bekommt ihr jeweils eine Quest. Die gebt ihr einfach hier ab. Und dann müsst ihr die Sachen immer noch dementsprechend zuordnen. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr alle abgegeben, kriegt immer noch ein bisschen Bonusruf, kriegt auch dementsprechend hier einen Haufen katalogisierte Forschung und dementsprechend auch das Achievement hier fertig. Mehr ist es tatsächlich nicht. Sollte noch irgendwas unklar sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich werdet ihr die meisten Sachen, ohne wirklich hier fürs Achievement zu farmen, eh schon nebenbei mitgenommen haben, weil viele Sachen einfach rumliegen, als Quest-Symbol gemarkt sind und ihr dementsprechend das nebenbei bekommt. Gut, ich hoffe, das Ganze ist soweit klar geworden. Und ja, dann sehen wir uns sonst im nächsten Achievement Guide Video wieder. Euer Tela, bis dann. Tschau.